Der Kanzler der Einsamen Der Kanzler der Einsamen Entschlüsse genannt, ein Beinahme, den Sie sich zuerst verdienten durch Ihre Verhandlungen mit den hohen Kommissaren der drei westlichen Besatzungsmächte in den ersten Jahren der Bundesrepublik, Verhandlungen, die Sie weithin selbstständig und als Alleinvertreter der Westdeutschen geführt haben. Halten Sie den Beinamen Kanzler der Einsamen Entschlüsse für zutreffend oder lehnen Sie ihn ab? Ich halte ihn nicht für zutreffend. Ich habe in allen wichtigen Fällen vorher mich der Zustimmung versichert, entweder des Parteivorstandes oder der Bundestagsfraktion oder auch des Bundestages. Allerdings, die Verhandlungen mit den hohen Kommissaren musste ich allein führen. Die Herren wünschten nicht, dass zu viele anwesend waren. Und es war wohl auch nicht gut. Es war gut, dass sie einem geschlossenen und entschlossenen Willen gegenüber saßen. Und Sie glauben, dass dieser entschlossene Wille eher sich herbeiführen ließ, weil Sie allein waren. Sind Sie ein Kanzler gewesen, der, wann immer er in die Notlage kam, allein entscheiden zu müssen, sich am sichersten fühlte? Wenn ich in die Notlage kam, mich allein entscheiden zu müssen und die Überzeugung hatte, dass ich das Material, das zum Treffen einer Entscheidung nötig war, wirklich vor mir gehabt hatte, war ich sehr ruhig im Treffen einer Entscheidung allein. Der Vorwurf also, Kanzler der einsamen Entschlüsse zu sein, hat Sie nie als Vorwurf berührt. Sie haben das mit Gelassenheit getragen. Ja, ich glaube, ich habe Ihnen eben gesagt, Herr Doktor, und darf Sie dann jetzt fragen, Sie schreiben ja Bücher. Sind Sie dabei nicht ein Mann der einsamen Entschlüsse? Es gibt Unterschiede. Oder fragen Sie vorher, Herr Kollege, was Sie schreiben sollten? Sie würden in diesem Falle den Schriftsteller mit dem Regierungschef gleichsetzen? Ja, oder irgendjemand anders. Fast in jedem Beruf. Der Arzt oder wer es auch immer ist, der Resonwalt, der berät, der muss auch seine Entschlüsse fassen. Und es hat für Sie nie eine Last bedeutet, Entschlüsse fassen zu müssen? Nein. Herr Bundeskanzler, wie mussten Ihre Mitarbeiter beschaffen sein? Welche Eigenschaften, welche Talente mussten Sie bevorzugt haben, damit Sie für den Bundeskanzler Adenauer geeignete Helfer waren? Sie mussten natürlich klug sein und mussten fleißig sein. Und sie mussten auch eine Meinung haben. Aber sie mussten sich anpassen können, denn alle wichtigen Sachen wurden dem Kabinett vorgetragen. Und wenn im Kabinett muss schließlich eine Meinung doch diejenige sein, die die Meinung des Kabinetts ist. Und dann haben alle sich dieser Meinung anzupassen. Hätten Sie einen Mitarbeiter, der sich nicht anpassen konnte am Schluss, nicht gebrauchen können? Wenn das wiederholt vorgekommen wäre, hätte ich Ihnen gebeten, doch auf seine Dienste verzichten zu können. Denn schließlich muss, das ist eine der wesentlichsten Aufgaben eines Bundeskanzlers, dafür zu sorgen, dass das Kabinett geschlossen ist. Man hat Sie gern, Herr Dr. Adenauer, den Großvereinfacher der Politik genannt. Halten Sie diese Charakterisierung für lobend oder für abwertend? Das halte ich für ein ganz großes Lob. Denn in der Tat, man muss die Dinge auch so tief sehen, dass sie einfach sind. Wenn man nur an der Oberfläche der Dinge bleibt, sind sie nicht einfach. Aber wenn man die Tiefe sieht, dann sieht man das Wirkliche und das ist immer einfach. Ob das angenehm ist, das ist eine andere Frage. Angenehm für wen? Für den, der überlegt. Haben Sie selbst gelegentlich unter dieser Ihrer Vereinfachungsbegabung gelitten, weil das, was Sie dann erkannten, bitter und schmerzlich war? Nein. Wenn ich nachdenke, wüsste ich Ihnen nicht zu sagen, warum ich darunter hätte leiden sollen. Man müsste mit den Dingen als Kanzler umzugehen wissen. Und je klarer und einfacher man sie sah, desto mehr Aussicht auf Erfolg hatte man. Oder man ließ seine Finger davon. Haben Sie das Kanzleramt jemals als Last empfunden? Das ist eine sehr nachdenklich stimmende Frage. Sie sagten, ob ich das Kanzleramt immer als eine Last empfunden hätte. Jemals? Irgendwann einmal als eine Last? Oh ja, oh ja. Es waren doch bittere Enttäuschungen auch damit verbunden. Und dann war man wirklich sehr niedergedrückt. Was war die bitterste Enttäuschung, die Sie in Ihrer Zeit als Regierungschef erlebt haben? Die bitterste Enttäuschung und der größte Rückschlag für die gesamte deutsche Politik war nach meiner Meinung der Rückschlag in der Frage der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Wie Sie wissen, war der Vertrag in der französischen Kammer schließlich ohne Diskussion ad acta gelegt worden. 1954. Und das war ein sehr harter Schlag. Schuld daran trägt die französische Kammer. Aber Schuld daran trägt auch der Bundestag. Diese ganze Frage ist im Bundestag in einer Weise behandelt worden. Sie hat mehrere Jahre im Bundestag verbracht. Es waren die größten Schwierigkeiten. Man hatte auch den Bundespräsidenten Heuss dagegen eingenommen. Er wollte ein Verfassungsgutachten einholen. Und wenn Sie sich vorstellen, welchen Eindruck das auf der französischen Seite machen musste, wenn Sie sah, dass auf der deutschen Seite solche Schwierigkeiten herrschten, wie Sie zutage traten, dass Sie dann schließlich der ganzen Sache nicht mehr rechten Glauben schenken, muss man schließlich verstehen. Und wenn Sie sich aber jetzt vorstellen, wie anders es in Europa gekommen wäre, wenn der Vertrag seiner Zeit von allen Beteiligten angenommen worden wäre. Die Annexverträge zu dem Vertrag, die mit England und mit Vereinigten Staaten abgeschlossen waren, waren lange ratifiziert. Da schwebt es noch immer zwischen den Hauptbeteiligten. Das waren Frankreich und Deutschland. Und schließlich zerbrach das Ganze. Das war ein furchtbarer Schlag. Weil Sie der Meinung sind, dass durch das Scheitern der EVG die ganze europäische Entwicklung eine Kehrtwendung erfahren hat? Ist das der Grund, warum es für Sie besonders bitter war? Es waren ja zwei Probleme, um die es sich handelte. Erstens die Wiederbewaffnung Deutschlands. Und zweitens einen ganz großen Schritt nach vorn in der Richtung einer Bildung Europas. Eden und Forster Dalles sind dann dafür eingetreten, dass wir in die NATO gekommen sind. Und dem hat sich Frankreich dann auch gefügt. Während ursprünglich Frankreich darauf bestehen wollte, dass wir überhaupt keine Waffen bekommen sollten. Und die Frage Europa, europäische Entwicklung, nun in dem EVG-Vertrag, waren ja alle die Fragen, um die man sich jetzt streitet, seit Jahren da, waren ja drin enthalten und wären gelöst gewesen. Herr Dr. Adenauer, Sie haben jetzt gesagt, was die bitterste Enttäuschung für Sie war während Ihrer Kanzlerzeit. Sagen Sie mir nun bitte, welche von den Entscheidungen, die getroffen worden sind, war für Sie die schwerste? Das Angebot der Bewaffnung der Bundesrepublik etwa oder die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Moskau? Ich bin damals nach Moskau hingefahren mit einer Delegation, bestehend aus Mitgliedern der Regierung, aus Mitgliedern des Bundestags. Und die Verhandlungen in Moskau, die zuerst sehr heftig waren, Russisch war ein sehr temperamentvoller Mann. Wenn man mir eine Forst entgegenhält, habe ich auch eine Forst entgegengehalten. Und schließlich war das Klima doch nicht schlecht. Dann war mir angeboten worden, die Freigabe aller Gefangenen, die die Russen noch hätten. Die Russen behaupteten zuerst, sie hätten überhaupt keine Gefangene mehr. Was sie zurückgehalten hätten, seien wir in Kriegsverbrechen verurteilt. Aber es sind dann später 38.000 geworden, die zurückgekommen sind. Und ich darf hier doch wohl eins sagen. Die Russen haben das mir gegebene Versprechen sehr korrekt innegehalten in der Freilassung der Gefangenen. Außerordentlich korrekt und gewissenhaft. War nun die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, wie es vermutet wird, der Preis, den Sie zahlen mussten für die Freigabe der Gefangenen? Und ist Ihnen das schwer gefallen? Aber ich bitte Sie, wie kann man dann von Preisnähen sprechen? Wenn man etwas haben will, von einem Lande, mit dem man keine diplomatischen Beziehungen unterhält, bekommt man doch sicher nichts. Und ich habe eigentlich gar nicht eingesehen, warum wir nicht die diplomatischen Beziehungen aufnehmen sollten. Sind seinerzeit alle Ihre Ratgeber dieser Meinung gewesen? Nein. Einige Mitglieder der Regierung, aber auch einige Parlamentarier waren anderer Meinung. Aber ich habe mich dadurch nicht beirren lassen. Wäre das vielleicht ein einsamer Entschluss gewesen? Nein, ich hatte ja einige Gefährten dabei. Aber es hätte ruhig ein einsamer Entschluss werden können. Sagen Sie mir bitte eins, Herr Dr. Adenauer, bei allem politischen und gesellschaftlichen Wandel, den Sie in Ihrem langen Leben erlebt haben, welche Prinzipien haben Sie über all die Jahre hinweg als die dauerhaften und wichtigsten bewahrt? Sie werden vielleicht erstaunt sein über meine Antwort. Alle politischen Verhandlungen können nur zu einem fruchtbaren Ergebnis führen, wenn man sich gegenseitig vertraut. Man vertraut sich aber nur gegenseitig, wenn man den Gegner, den Vertragsgegner, den Verhandlungsgegner kennengelernt hat, als einen Mann, der ehrlich ist und wahrhaftig ist. Also nach meinen Erfahrungen ist Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit die Grundlage des Vertrauens, des gegenseitigen Vertrauens. Und das gegenseitige Vertrauen ist wieder die Grundlage zu fruchtbaren Verhandlungen. Nun sagt man, dass ein Politiker nicht in allen Fällen immer der vollen Wahrheit die Ehre geben kann, Herr Dr. Adenauer. Und Sie selbst haben mal von drei Arten der Wahrheit gesprochen. Wenn also das gegenseitige Vertrauen herzustellen für Sie das wichtigste Prinzip bei allen war, wie haben Sie das immer vereinbaren können mit den Tageserfordernissen der Politik? Hat Sie das manchmal beschwert? Nun, ich muss Sie etwas korrigieren. Diese dreifache Art von Wahrheit habe ich nicht erfunden, sondern mein verstorbener Freund Robert Ferdmöck. Und aus Scherz haben wir manchmal die Redewendung von ihm dann gebraucht. Und wenn Sie sagen, der Politiker kann nicht immer alles sagen, dann haben Sie recht. Aber das, was er sagt, muss wahr sein. Natürlich kann er nicht alles immer sagen. Das ist so selbstverständlich, dass ich kein Wort dazu zu sagen brauche. Aber der Politiker soll in dem, was er sagt, ehrlich sein. Er soll nicht schwindeln? Er soll nicht schwindeln. Lügen haben kurze Beine. Notlügen sind erlaubt? Notlügen gibt es aber nicht. Man ist immer in Not, dann würde man doch immer am Lügen sein. Wenn Notlügen erlaubt sind. Erlauben Sie mir eine dreiste Frage, Herr Dr. Adenauer. Bitte? Sie haben nie geschwindelt als Bundeskanzler vor der Öffentlichkeit? Es war nie nötig? Sie sind mit Verschweigen immer durchgekommen? Mit Schweigen, nicht mit Verschweigen. Ich bitte, da doch festzuhalten, dass das ein Unterschied ist. Und auch in der Politik versteht jeder, wenn sein Vertragsgegner auch ein Parlament von ihm zu hören bekommt, denn ich bitte um Entschuldigung, wenn ich hierauf keine Antwort gebe. Sagen Sie mir bitte eins, ein großer Einschnitt in dem Leben, das Sie geführt haben, war politisch, gesellschaftlich, der Zusammenbruch des wilhelminischen Kaiserreichs 1918. Hat das für Sie viel bedeutet? Ich war damals Oberwürdigmeister von Köln. Und ich sah und fühlte fortwährend, dass das ganze System schon seit einiger Zeit am Zusammenbrechen war. Wir waren in Köln. Köln war die nächste große Festung bei der Grenze, überfüllt mit Deserteuren. Und als nun der Zusammenbruch kam, da hatte ich die Hände genug, Erfolg genug, dafür zu sorgen, dass Ruhe und Ordnung in der Stadt herrschte, sodass ich gar nicht dazu kam, lange Reflexionen anzustellen, ob man, ob William das Zweite richtig erhandelt habe oder nicht, als er nach Holland gegangen ist. Der gesellschaftliche Wandel, der damit verbunden war, im Laufe der nächsten folgenden Jahrzehnte, haben Sie den im Großen und Ganzen gut geheißen? Oder haben Sie die gesellschaftliche Ordnung, die stärkere Bindung der gesellschaftlichen Gruppen vor 1918 als sympathischer empfunden? Sie gebrauchen den Ausdruck gesellschaftliche Bildung. Bindung. Bindung. Ich würde sagen, die Kastenbildung. Mhm. Und Kastenbildung ist schlecht. Natürlich habe ich diese Entwicklung, die zur Demokratie hin, habe ich außerordentlich begrüßt. Herr Dr. Adner, Sie haben in Ihrem Leben viele Menschen getroffen, die dann eine besondere Rolle bei Ihrem Wirken gespielt haben. Ich möchte nach Ihrem Verhältnis zu einigen davon fragen. Zunächst bitte, worauf gründete sich über die Politik hinweg Ihr besonders gutes Verhältnis zu John Foster Dulles, dem amerikanischen Außenminister? John Foster Dulles und mich verbannt, schon nach relativ kurzer Zeit, eine wirkliche Freundschaft. Ich glaube nicht, dass Dulles mich irgendwann einmal belogen hat. Ebenso wenig, wie ich ihn belogen habe. Wir waren sehr offen miteinander. Aber das Wichtigste war, dass auch seine Politik, ebenso wie die meinige, auf ethischer Grundlage beruhte. Und daher fanden wir uns verhältnismäßig schnell immer und kamen auch übergegensätze hinweg. Daraus entwickelte sich diese echte Freundschaft. Könnten Sie diese ethische Grundlage einmal skizzieren? Das war die christliche Grundlage. John Foster Dulles war ein sehr christlich denkender Mensch. Ich hoffe, dass ich es auch war und so fanden wir uns leicht. Sie haben Dulles Ihren Freund genannt und haben vorhin schon in unserem Gespräch einen anderen Freund erwähnt, den Bankier Robert Pferdmenges. Wie musste ein Mensch beschaffen sein, damit er Ihr Freund werden konnte? Zum Beispiel Robert Pferdmenges. Wie soll ich eine solche Frage beantworten? Freundschaft, erstens mal im späteren Alter, da ist sie sehr selten, entsteht sie sehr selten. Dann aber Freundschaft entsteht aus einer Harmonie in den beiderseitigen Überzeugungen. Und aus dem Vertrauen, dass man gewinnt. Und Robert Pferdmenges war, namentlich mir gegenüber, immer ein sehr ehrlicher und zuverlässiger Mann. Und so wurden wir Freunde. Und ich habe auch dafür gesorgt, dass er in die Politik eingetreten ist. Er wollte zuerst nicht, hat mir dann nachgegeben. Und ich habe seinen klugen und guten Rat, namentlich in den letzten Jahren, häufig vermisst. Herr Dr. Adner, ist es nicht auch so, ein Mann in Ihrer hohen Position wird von vielen Menschen um etwas angegangen, um etwas gebeten. Viele wollen etwas von ihm. Und war dann nicht Pferdmenges beispielsweise jemand, der nichts von Ihnen wollte? Und ist das nicht die Voraussetzung für Sie gewesen, Freundschaften zu schließen? Pferdmenges hat für sich jedenfalls nie etwas von mir gewollt. Ob er, wenn er sonstige Wünsche hatte oder Ratschläge, dann waren diese Ratschläge immer wirklich begründet und gut fundiert und wurden auch so von ihm entwickelt. Muss nicht ein Mensch in Ihrer Position zu einem Menschenverächter werden, wenn er die vielen sieht, die sich um ihn drängen, die etwas werden wollen, etwas haben wollen? Nun, ich würde den Ausdruck Menschenverächter nicht gebrauchen. Aber natürlich, dass man die Schwächen der Menschen, mit denen sind wir nun einmal behaftet, dass man die Schwächen der Menschen als Kalkül bei allen Überlegungen einschaltet, das ist wohl klar. Und das haben Sie getan? Das habe ich getan. Darf ich nach einem nächsten Manne fragen, mit dem Sie besonders verbunden waren, wenn auch in einer Gegnerschaft, was bestimmt Ihr Verhältnis zu Kurt Schumacher, dem ersten Nachkriegsvorsitzenden der SPD? Man kann das sehr schwer verhältnissen nennen. Wir waren Gegner. Und diese Gegnerschaft, die Erwuchs, nicht allein aus Entgegengesetzen anschauen, sondern sie Erwuchs auch daraus, dass Herr Dr. Schumacher nicht einsehen konnte, dass die Sozialdemokratie nicht die größte Partei geworden war. Ich erinnere mich noch, dass uns sie erst zusammengebracht hat, der spätere Ministerpräsident von Niedersachsen. Und zwar im Zonenbeirat in Hamburg. Und wir, Herr Schumacher und ich, von Kopf dazu veranlasst, setzen uns zusammen und tauschen unsere Meinungen auf. Über wichtige Dinge natürlich. Und zum Schluss sagt der Herr Schumacher, ich freue mich sehr, dass wir übereinstimmen. Ich habe jetzt noch etwas. Sie sind eine sehr junge Partei und wir sind eine sehr alte Partei. Und wir sind eine sehr große Partei. Sie werden mir also doch darin beipflichten, dass wir die Führung haben müssen. Ich habe darauf geantwortet, Herr Dr. Schumacher, dass Sie eine sehr alte Partei sind, weiß ich. Dass Sie eine sehr große Partei sind, weiß ich. Ob wir nicht größer sind, das wollen wir mal nach, dabei wollen wir uns nach der ersten Wahl einmal aussprechen. Und das hat Herr Schumacher mir sehr übel genommen, zumal da die erste Wahl danach zeigte, dass wir stärker waren als die SPD. Und hat dieses verhindert, dass Sie zu dem Führer der zweitstärksten Partei in ein rechtes Verhältnis gekommen sind? Und haben Sie das beklagt? Er war ein sehr subjektiver Mann. Er hat auch, glaube ich, schwer körperlich zu leiden gehabt. Und er war, Sie werden erstaunt sein, wenn ich das sage, er war ein Nationalist und das war ich nicht. War dies eine prinzipielle Schranke zwischen Ihnen beiden? Das ist eine sehr spannende Spannung, jawohl. Sagen Sie mir dann bitte noch, wie charakterisieren Sie den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle? Was ist der fairen Mensch nach Ihren Eindrücken? Herr de Gaulle, habe ich in Colombie-de-de-Ségris besucht auf seine Einladung hin, nachdem ich vorher seine Einladung nach Paris zu ihm zu kommen abgelehnt hatte, da ich doch als Vertreter eines besiegten Volkes nicht ihn in Paris aufsuchen könnte. Wir sind dann 24 Stunden ganz allein zusammengeblieben, haben nicht nur einem bestimmten Programm über alle möglichen politischen Fragen unterhalten. Und de Gaulle hat eine ausgezeichnete Bibliothek, ich habe sie mir angesehen, in Colombie-de-de-Ségris. Er ist ein sehr kluger Mann, ist ein sehr weitblickender Mann und ein sehr erfahrener Mann. Ich habe also mit Herrn de Gaulle die denkbar besten Erfahrungen gemacht. Kann man mit ihm reden oder ist er in der Gefahr, die ihm politische Kommentatoren gelegentlich vorwerfen, einem Phantom politisch nachzulaufen? Ist er ein Realist, nach Ihren Erfahrungen? Herr de Gaulle? Herr de Gaulle ist durchaus ein Realist, sogar sehr realistisch. Herr Dr. Adenauer, Ihr politisches Lebensziel sind die Versöhnung Deutschlands und Frankreichs und, wie Sie oft betont haben, die Versöhnung zwischen dem deutschen Volk und den Juden gewesen. Was hat Sie veranlasst, diese beiden Aufgaben als vorrangig zu behandeln? Und wie glauben Sie, dass in diesen beiden Bereichen die Zukunft aussieht? Ich war und ich bin der Auffassung, dass ohne Lösung dieser beiden Aufgaben die Zukunft für das deutsche Volk ganz außerordentlich schwer wird. Frankreich und Deutschland sind Nachbarn und wir werden immer Nachbarn bleiben. Wir haben Kriege gegeneinander geführt. Ich habe auf dem Startfeld von Mourmelon gestanden, wo Gräber von französischen und deutschen Soldaten aus dem Kriege 70-71, aus dem Kriege 14-18 und aus dem letzten großen Kriege sind. Und wir beide haben dann den Vorbeimarsch abgenommen. De Gaulle und Sie? De Gaulle und ich. Wir beide haben den Vorbeimarsch abgenommen, der französischen Truppen und der deutschen Truppen. Das hat auf mich einen ungewöhnlich tiefen Eindruck gemacht. Das war symbolisch für das Ganze. Und ich habe das auch erwähnt, weil es symbolisch war. Wir werden also dasselbe Schicksal haben. Wir haben, wie ich eben schon sagte, jahrelang Kriege geführt. Das muss vorbei sein. Aber nicht nur das muss vorbei sein. Wir müssen auch echte und wahre Freunde werden, die zusammen Politik machen. Denn gegenüber der ungeheuren Macht, die Sowjet-Russland, das doch bis mitten in Deutschland steht, auf das ganze westliche Europa ausübt, wenn wir nicht bestehen bleiben, wenn wir nicht fest zusammenhalten. Und was nun die Judenfrage angeht. Ich darf vielleicht Ihre Frage so verstehen. Warum haben Sie die Judenfrage als eine ungemein wichtige Frage immer bezeichnet und sich dann auch verhalten? Erstens aus einem Gefühl der Gerechtigkeit. Wir hatten den Juden so viel Unrechte getan. Wir hatten solche Verbrechen an ihnen begangen, dass sie irgendwie gesühnt werden mussten oder wieder gut gemacht werden mussten, wenn wir überhaupt wieder Ansehen unter den Völkern der Erde gewinnen wollten. Und weiter, die Macht der Juden, auch heute noch, insbesondere in Amerika, soll man nicht unterschätzen. Und daher habe ich sehr überlegt und sehr bewusst, und das war von jeher meine Meinung, meine ganze Kraft herangesetzt, so gut es ging, eine Versöhnung herbeizuführen zwischen dem jüdischen Volk und dem deutschen Volk. Wie hat sich das, diese beiden Gebiete, Deutschland, Frankreich und unser Verhältnis zum jüdischen Volk, nach Ihrer Vorstellung, seit Ihrem Amtsabtritt entwickelt und wie wird es sich weiterentwickeln? Nun, das sind, aber ich will Ihnen Ihre Frage beantworten. Leider hat das deutsch-französische Verhältnis nicht so entwickelt, wie ich das mir gedacht hatte. Aber wir dürfen nicht nachlassen, wenn zwei, die an sich von Natur aus dazu bestimmt sind, zusammen zu handeln. Und das sind, wie ich eben sage, der Frankreich und Deutschland. Nicht zusammenkommen, soll man nicht den Fehler nur bei einem suchen, sondern gewöhnlich sind alle beide mit Schuld daran, und beide sollen sich überlegen, wie sie es besser machen können. Erlauben Sie mir eine letzte Frage, Herr Dr. Adenauer. Wie beurteilen Sie die politische Reife des deutschen Volkes? Das ist eine Frage, die Antwort darauf muss hier überlegt werden. Das deutsche Volk hat in den letzten Jahrzehnten zu viel erleben müssen. Vom Kriege 14 angefangen. Erst dieser Krieg, dann der Sturz der ganzen Monarchien in Deutschland, die Übergang in das republikanische Staatsformat, Staatswesen. Dann kam der Nationalsozialismus, der ja doch grauenhafte Verwüstungen, auch moralischer Art in unserem Volke hervorgerufen hat. Und dann kam der letzte große Krieg, dann kam der deutsche Zusammenbruch, dann der deutsche Wiederaufbau. Wenn man einmal diese ganzen Erlebnisse sich klar macht, die Reihenfolge, wie das über das deutsche Volk, part gut, part schlecht hergegangen ist, dann wird man verstehen können, dass das deutsche Volk eben noch nicht aus dieser inneren Unruhe zu einer inneren Festigkeit und Stetigkeit gewachsen ist. Es fehlt uns auch, und das ist sehr wichtig, ein großer Teil der Männer, der Menschen, der Männer, im Alter zwischen 35 bis 55 Jahren, eventuell bis 60 Jahren, sie sind im Krieg gefahren, sie sind früher gestorben, als sie so in normalen Verhältnissen gestorben wären. Und diese Schicht ist eben die Schicht, die einem Staatswesen doch Stetigkeit gibt. Die fehlt uns. Und Stetigkeit in der politischen Haltung ist ein Grundelement des politischen Erfolges. Und das deutsche Volk muss alles tun, was in seiner Kraft steht, um eine stetige Politik zu treiben. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Und darauf hinweisen, dass Stetigkeit in der Politik die Grundlage für das Vertrauen ist und damit auch die Grundlage für den Erfolg. und damit auch die Grundlage für das Vertrauen ist. und damit auch die Grundlage für das Vertrauen ist.